Guten Morgen, Lena. Aufstehen. Heute ist der erste Tag, wo du in den Kindergarten gehst. Ja. Ich stehe gleich auf. Ja, aber ich mag mich und ich hab Angst. Du brauchst doch keine Angst haben. Du findest bestimmt neue Freunde. Und was ist, wenn nicht? Natürlich findest du welche. Ja, werden wir ja mal sehen. Ich fahr dich da jetzt. Okay. Oh, der Spielplatz ist ja toll. Hab ich doch gesagt. Und hier findest du bestimmt schnell neue Freunde. Komm, jetzt gehen wir rein. Und dann zeigt dir die Erzieherin alles. Ja. Hallo. Hallo. Du bist dann die kleine Lena? Ja. Wie alt bist du? Drei. Komm, dann zeig ich dir jetzt alles. Ja. Siehst du, du brauchst keine Angst haben. Ja, Mama. Bis später. Tschüss. Tschüss. Guck, da sind die Waschbecken und da hinten sind die Toiletten. Und falls du irgendwas brauchst, dann musst du es einfach mir sagen. Dann helfe ich dir. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Guck, da ist die Sitzecke und da oben kannst du denn schlafen, wenn du müde wirst. Okay, alles klar. Guck, hier ist die Spielküche. Und jetzt gehen wir nach oben und dann zeige ich dir das Lernzimmer und Musikzimmer. Och, mir gefällt sie doch. Komm, Lena. Ja, ich komme. Hier lernen und musizieren wir. Jetzt zeige ich dir noch die Krabbelgruppe und den Spielplatz. Das ist super. Hier ist die Krabbelgruppe und das Bällebad. Und hier arbeitet Frau Windl. Wenn du was brauchst, kannst du auch sie fragen. Mach ich. Hier, Lena. Das ist Mia. Sie ist auch letzte Woche neu zu uns gekommen. Sie zeigt dir jetzt den Spielplatz. Oh, das wird bestimmt schön. Hallo, ich bin Mia. Hallo, ich bin Lena. Komm, gehen wir auf den Spielplatz rutschen. Ja, das macht Spaß. Ja, mir macht es auch am meisten Spaß. Erster. Juhu. Das macht so Spaß. Guck mal Mia, Zwillinge. Oh, sind die süß. Komm, gehen wir jetzt in die Nestschaukel. Ja. Juhu, das macht Spaß. Aber dann bin ich dran. Okay. Und danach gehen wir den Karussell fahren. Ja, natürlich. Juhu. Das macht so Spaß. Schneller. Oh, ich mag fast gar nicht mehr nach Hause. Oh je, meine Mama konnte mich schon abholen. Lena, komm. Ja, ich hole nur noch meine Tasche. Okay. Tschüss Mia, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Hat es dir gefallen? Es hat, mir hat es sehr arg gefallen. Ich freue mich schon auf morgen. Ich mich auch. Und morgen basteln wir denn was Schönes. Oh, das wird bestimmt toll. Und, wie war es? Es war sehr schön. Und ich habe ein Mädchen kennengelernt. Es heißt Mia. Und ich freue mich schon auf morgen. Ja, dann komm, wir gehen nach Hause. Zu Hause wartet schon leckeres Mittagessen auf dich. Ja, ich habe einen Bärenhunger. Ja, nach dem langen Tag. Hm, lecker, mein Leibgericht. Ja, dann lass es dir schmecken. Hier, Lena, noch eine Überraschung für dich. Danke, Mama. Ich habe dich so lieb. Richtig auch. Tschüss.